Hey, herzlich willkommen in diesem Video. Heute wollen wir dir hier ein bisschen was zum ALS erzählen. ALS ist die Abkürzung für automatischer Lieferservice und wir lieben den ALS. Der ALS ist ein ganz toll zusammengestelltes Bonuspunkte-Programm von Young Living. Und wir können euch echt sagen, jeden Monat, wenn unsere Box ankommt, das fühlt sich an wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Also es ist echt total toll. Und es ist tatsächlich die günstigste Art und Weise, an deine Produkte mit ätherischen Ölen ranzukommen. Der ALS bietet dir ganz, ganz viele Vorteile. Einmal, je länger du im ALS bist, desto mehr Prozente bekommst du tatsächlich auf jede einzelne Bestellung. Du kannst es hier auf der Karte auch ein bisschen sehen. Ab 25 Monaten bist du tatsächlich bei 25 Prozent jeder Bestellung. Die bekommst du in Form von Bonuspunkten, die du nachher einlösen kannst. Das sind also deine Gutscheine. Und ich kann euch sagen, es macht echt mega Spaß, diese Gutscheine einzulösen. Das ist echt eine tolle Sache. Gleichzeitig hast du immer reduzierte Versandkosten. Und wer freut sich nicht über sowas? Es gibt explosive Gratis-Produkte und auch nach bestimmten Monaten, in denen man drin ist, auch Geschenke von Young Living einfach als treue Geschenk dafür, dass man dabei ist. Wir lieben den ALS allein deshalb, weil es eine Möglichkeit ist, in vielen kleinen Häppchen viel zu verändern. Es ist eine ganz tolle Möglichkeit, um dein Zuhause auf Schadstoff frei umzustellen. So viele der Produkte, die wir oft benutzen, die tun uns eigentlich überhaupt gar nicht gut. Und gerade wir als Mamas, wir wünschen uns so gerne, dass wir unserer Familie ein Zuhause geben können, was ihnen wirklich gut tut. Wo wir keine Angst haben müssen, wenn unsere Kinder aus Versehen mal irgendeine Flasche Reiniger oder sowas öffnen. Und dafür ist das eine ganz tolle Möglichkeit. Du musst dich nicht überrollt fühlen, um zu denken, wie kann ich jetzt auf einmal alles umstellen. Nein, du kannst durch den ALS in vielen kleinen Häppchen etwas verändern. Und wenn du viele kleine Schritte gehst, hast du auf lange Sicht gesehen nachher unglaublich viel verändert. Ja, und es ist total einfach eigentlich, seine Bestellung jeden Monat voll zu bekommen. Es ist eher für mich, oder ich würde sagen für uns alle, eine Bestellung nicht zu groß werden zu lassen. Wir haben einfach so viele verschiedene Produktgruppen bei Young Living, dass du nicht mehr wirklich in jeden Shop einzeln fahren musst, sondern du kannst alles zusammen dort bestellen. Zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, sei es ein Haufen an Grünzeug zum Beispiel oder Vitamin C, Vitamin D. Wir haben wirklich ein großes Paket. Ja, unser Ningxia-Saft ist auch super beliebt und der gehört in die ALS rein. Unsere Kinder lieben den, die streiten sich eher darum. Ja, ich liebe das einfach total, weil ich vertraue dieser Firma zu 100 Prozent. Und ich muss mir nicht lauter verschiedene Shops suchen, sondern kann so viel in einem Laden kaufen. Von Make-up über Körperpflege, wie zum Beispiel diese Thieves Zahnbasta. Die ist immer bei uns zu Hause. Die schmeckt wirklich richtig gut und hat richtig gute Resonanzen bei uns in der Familie. Dann würde ich dir empfehlen, dir das V6-Öl zu bestellen. Das ist einfach nur ein neutrales Pflanzenöl aus verschiedenen Pflanzenölen. Und damit kannst du super die Roll-Ons herstellen, Massagen, alles Mögliche. Und dieser Haushaltsreiniger, das ist ein Muss in unserem Haushalt. Dann nimmst du einfach nur eine Kappe und machst davon eine Sprühflasche voll und hast einen Reiniger für die ganze Wohnung. Von Bad über Küche. Also den lege ich dir echt ans Herz. Der riecht wie Weihnachten. Ich liebe diesen Geruch. Und macht auch echt super sauber. Ja, macht super sauber. Das ganze Haus. Ja, also schau dich mal auf der Webseite um. Du bist sicher, finde ich. Und willst nicht mehr zurück. Wellness jeden Monat. Wellnessbox jeden Monat. Genau. Kannst dich wirklich jeden Monat freuen, wenn der Postbote dann endlich kommt und dir das Geschenk bringt.